Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ich habe mal heute was Außergewöhnliches mitgebracht und zwar Repack Booster. Die stammen von einem Poketuber-Kollege, von dem lieben Kim Parator. Ihr seht ja auch nochmal hier so eine Unterschriftenkarte von ihm. Danke, ich danke auch. Und ja, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch mal hier oben. Und ist natürlich auch bei Insta unterwegs. Und ja, ist immer schön, wenn die Kleinen sich so untereinander unterstützen. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, gut, dann mache ich natürlich auch wieder mit. Und wir supporten uns alle so ein bisschen gegenseitig. Und habe mir dann elf Repack Booster von ihm bestellt, beziehungsweise gekauft. Drei Euro kostet so ein Repack Booster. Und was die so taugen, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, Repack Booster, wie sind da so meine Erfahrungen? Ich habe ja hier schon Buddybags geöffnet. Zweimal insgesamt. Also zwei Ladungen Buddybags in dem Sinne. Da habe ich auch verschiedene Videos aufgeteilt. Und was ich da so gezogen habe, ja, das könnt ihr euch einfach mal anschauen. Müsst ihr mal ein bisschen gucken hier bei mir. Am Ende des Videos hole ich euch dann auch wieder welche in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr mal gucken, wie das so bei den Buddybags bei mir aussah, was ich da so gezogen habe. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir hier so aus elf Kimparator Boostern ziehen dürfen. Repack Boostern und ja, hat er hier liebevoll wieder verpackt. Und ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie ich da am besten den Kartentrick mache. Ob man den überhaupt machen kann. Und wie da so die Hit, wie da so die Pullrate ist. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal von oben so durch. Hier natürlich Weg des Shams. Das sind natürlich alles so die Dinger. Die habe ich natürlich schon. Aber darum geht es auch gar nicht. Hier unser erste Reverse Rail. Auch wieder super gesentert. Das ist aber das Problem allgemein. So zum Beispiel beim Set Kräfte im Einklang. Da habe ich schon gesehen, wirklich Glurak, Recheram, Rainbow. Richtig übel gesentert. Ich habe auch eine, die nicht wirklich gut gesentert ist. Ein Problem in diesem Set. Und hier ziehen wir wohin genau als unseren ersten Pull. Eine richtig schöne Karte. Und dahinter ist noch so eine Code-Karte. Beziehungsweise da steht immer eine Nummer drauf. Und ich glaube, wenn du die 1 hast, dann gewinnst du was. Dann noch hier den guten Maschok und die Jute Victini. Und der gute Hop. Also haben wir schon mal einen Hit. Wohin genau ist ja so ein Underdog. Ich finde wohin genau ähnlich wie Anton total toll. Auch wenn die Pokémon an sich ja irgendwie doch kacke sind. Aber irgendwie muss man sagen, die haben ja schon was. Wie gesagt, das sind so Underdogs. Auch bei Bunt der Gleichgesinnten finde ich diese Anton- und Flagmon-Karten einfach sowas von geil. Und ja, wohin genau. Jeder, der die Serie früher geguckt hat. Am Anfang ein bisschen nervig. Aber irgendwann schließt man dieses Vieh dann doch in sein Herz. Und ja, das war das erste Booster. Ich sag mal für 3 Euro. Im Vergleich zu normalen Boostern ist das doch schon mal eine ganz nette Sache. Und aus irgendeinem Grund will der Fokus gerade nicht. Was ist denn da los? Hier die Ballkarten, die interessieren mich relativ wenig. Hier eine Reverse und eine schöne. Und dahinter, ah, guck mal hier, Kräfte im Einklang. Eines meiner Lieblings-Sets. Nobility Cat. GX und die 6. Guck mal, der nächste Hit schon. Ja, guck. Das ist doch mal eine Pull-Rate. Mit der kann man sehr, sehr gut leben. B-Boer und der Juta Hop. So. Ich weiß schon, wo packen wir die mal zur Seite. So. In jedem Booster ist ja ein Pull. Das kann sich doch sehen lassen. Wie gesagt, ich hab jetzt primär eigentlich nur wegen dem Support gemacht. Und ja. Ist doch schön, wenn sich das dann auch für mich lohnt. Hier ist aber nicht natürlich in jedem Booster ein Pull drin. Das nicht. Aber ich glaub zumindest immer eine Holo. Mal gucken. Vielleicht ziehen wir auch was, was ich noch nicht hab. Wop, 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 wop. Hier aus dem Sonnemond-Base-Set. Auch leider nicht so ganz gut gecentert. Das gute Taurus GX. Da weiß ich gar nicht, ob ich das schon in meiner Sammlung habe. Der nächste Hit, Freunde. Das lässt sich doch mal sehen. So. Und die 40. Ja, das Centering, ihr wisst, das ist allgemein so ein Problem. Ich hatte das Gefühl, dass es zwischenzeitlich mal wieder besser geworden ist. Aber wenn ich mir so, ja, das eine oder andere aktuelle Set zum Beispiel anschaue. Habe ich dann doch meine Bedenken. Finde ich immer ärgerlich. Aber gut, bei gewissen Sets kannst du da nichts machen. Das ist einfach so. Ich werde in Zukunft auch noch das eine oder andere Display aus dem Sonnemond-Zyklus aufmachen. Und da werden wir dann bestimmt auch wieder das Vergnügen haben. Zum Beispiel auch bunter Gleichgesinnten. Auch ein Set, was Centering-Probleme hat. Und dahinter. Und dahinter Zigarde, unser erster Holo aus dem fette Weg des Shams. So. Und das gute Rottom. Rottom, das finde ich schlimmste Pokémon ever. In was für einer Form auch immer. Das sind auf jeden Fall Repick-Booster, die Spaß machen. Und elf Booster haben wir. Drei Hits haben wir jetzt schon. Wenn wir jetzt noch einen Hit haben, dann haben wir schon eine richtig gute Pull-Rate, Freunde. Und ich sage mal, für drei Euro ein Booster, da kannst du echt nicht meckern. Und dahinter haben wir, uh, ein L von GX, auch aus einem meiner Lieblingssets. Kräfte im Einklang. Dass es eine normale GX ist, müsste ich die natürlich auch schon haben. Aber das macht gar nichts. Und es ist einfach schön, mal wieder Karten aus dem Set Kräfte im Einklang zu ziehen. Weil die Displays, Freunde, ihr wisst es selbst. Ja, unverschämt teuer sind die geworden. Ich habe noch einen 18er hier bei mir rumliegen. Da überlege ich, ob ich das überhaupt aufmachen soll. Weil, ja, ich habe davon schon viele Karten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eine Karte ziehe, die ich noch nicht habe, ist relativ gering. Und unter 100 Euro kriegst du jetzt so ein 18er Display gar nicht mehr. Von daher, richtig schön, mal hier Kräfte im Einklang wieder zu ziehen. Einfach ein tolles Set. Einfach ein richtig, richtig tolles Set. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr wissen wollt, was ich davon sammlungstechnisch habe. Schaut euch das Video dazu an. Ist schon ein bisschen älter. Die Sammlung ist jetzt schon ein bisschen umfangreicher. Also, meine Empfehlung, allgemein mal so die Videos anzuschauen, wo ich euch mal eine Sammlung vorstelle. Da könnt ihr dann immer mal gerne drunter schreiben, wie ihr das so findet. Wie ich das so sammlungstechnisch mache. Und wie so die Sammlung bisher ist. Ich freue mich immer drüber. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dahinter ein Iroh Keks, auch aus dem Set Weg des Shams. Und hier haben wir die neuen, über die Doppelneun. Ist das ein Zeichen? So. Und die Jute Maschok. Und The Bettys. Ja. Letzte Booster für diese Seite. Das ist doch schon mal eine richtig gute Ausbeute. Und für 3 Euro so ein Booster, da kannst du echt nicht meckern. Falls ihr auch da Interesse habt, ich weiß nicht, ob ihr ein guter Comparator noch welche habt, schreibt den einfach mal auf Insta an. Der wird auch so sein Balk und so den einen oder anderen Hit los, den er doppelt hat. Und dahinter die Merry und die 77. Abok, Jaro und das Smart Rotom. Und die letzte Seite. Auch mal interessant, habe ich auch so noch nicht gemacht. Ich schicke mir das in einem großen Briefumschlag. Und ja. Karten sind auch alle unbeschadet angekommen. Alles tippitoppi. Kann ich nur so weiterempfehlen. Waren auf jeden Fall jetzt schon besser als meine letzten Bodybacks. Und so ein Bodyback hat, glaube ich, gekostet knappe 7 Euro. Okay, die einen machen das jetzt gewerblich. Hier wird nur ein Puketuber in dem Sinne, so ein bisschen von seinem Balk und seine, ja, übrigen GX-Karten, uh, die habe ich noch gar nicht, Freunde, die habe ich noch gar nicht. Ja, sehr schön. Togekiss V aus dem aktuellen Set Farbenschock. Ein wunderschönes Set. Und ja, da werden wir natürlich auch noch ein bisschen was zu aufmachen. Togekiss V, willkommen in der Sammlung. Ist somit unsere zweite V, die erste aus dem aktuellen Set Farbenschock. Richtig knackig. Und ja, 5 aus 11, das ist doch mal, sag ich mal, eine Pullrate, Freunde. Also kann ich nur empfehlen, auch wenn ihr euren Kindern vielleicht mal was Gutes tun wollt und gerade die Kili-Sets jetzt nicht so auf ein Set festgelegt sind. Da für viele von euch, die jetzt sagen, so ja, aus dem Sonnen-Mond-Zyklus sammle ich nichts. Okay, ich schon. Und selbst wenn, da mal eine neue Doppeltaste, da sind richtig schöne Artworks dabei. Das kann ich nur empfehlen. Und dahinter ein Gala-Barrikadax. Ja. Aus dem nicht mehr so ganz aktuellen Set V, de Shams. Mein Hass-Set sozusagen. So, Freunde. Wir nähern uns dem Ende. Richtig cool. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Hit ziehen. Das wäre natürlich brutal. Dann wäre in mehr als jedem zweiten Booster ein Pull drin, statistisch. Und, Freunde, Venufliebes. Dahinter haben wir ein U. Eine der schönsten Karten aus dem Set V, de Shams, Gadua V-Max. Habe ich natürlich auch schon ein paar Mal gezogen. Aber ich freue mich immer wieder über diese schöne Karte. Habe schon überlegt, ob ich nicht so eine Album-Seite komplett mit dieser Karte voll mache. Weil die einfach so derbe schön ist. Ui. Bester Hit bis jetzt. Sehr gut. 42. Das Jute Ness und der Maschok. Der Jute. Ja. Richtig gut. Das ist mal eine Pull-Rate. Die hätte ich gerne immer. Also, Freunde, falls ihr noch euch keine Booster vom guten Kymperator gegönnt habt. Ja. Besorgt euch mal auf jeden Fall welche. Weil das ist schon, also ihr seht, das ist eine ordentliche Pull-Rate. Da haut der echt gut raus. Jetzt habe ich mit Versand 35 Euro bezahlt. Und wenn du das mal runterbrichst, auf die normalen Booster. Ui. Hier noch einer. Da haut aber ganz schön viel Kräfte im Einklang raus. Krampfschäufe GX. Werde ich wahrscheinlich auch schon haben. Weil ich viel aus dem Set habe. Aber es ist einfach ein traumhaft schönes Set. Und ich durfte mal wieder Kräfte im Einklang ziehen. Ich hoffe ja, dass Kräfte im Einklang-Booster auch mal in der einen oder anderen Collection mal auftauchen. Das wäre richtig gut. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Ausbeute an. Hier unten die Holos. Und dann haben wir hier die GX-Karten. Beziehungsweise die V-Karten. Viermal GX. Davon dreimal aus Kräfte im Einklang. Und einmal Sonnen, Mond, Base-Set. Wohin genau? Aus dem Schwert und dem Schild Base-Set. Farben-Schock. Und natürlich Weg des Shams. Mein Hass-Set. Daher stammen auch die Holos. Und ja, da sage ich doch mal Danke, Kim. Ich sage mal, sieben Puls aus, ja, sieben Puls aus elf Boostern. Das ist ein starkes Stück. Das ist eine stabile Ausbeute. Also ganz klar Daumen hoch für die Repack-Booster vom guten Kimperator. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Checkt seinen Kanal aus. Bleibt mir treu. Schaut auch mal bei Insta vorbei. Auch beim guten Kimperator. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Also ihr Lieben, macht's gut. Euer Pokeknecht90. Ciao.